der hat keine verwendung mehr dafür mal 11 rüstung echt gute resistenzen und wir können mehr tragen und verbessern können wir die auch noch einmal ich nehme die mal jetzt machen die schuhe schuhe sind definitiv besser als unsere die rüsten auch aus okay und wir haben ein level ab charakter kann ich pfeile zurückdenken das wäre natürlich auch absolut nicht dumm schaltet die fähigkeit frei schläge aus allen richtungen zu blocken schadensreduktion beim blocken mit maximaler energie 100 prozent ist natürlich auch nicht verkehrt erstmal gucken wir erst noch mal hier energieaufwand blocken gegnerische schläge 25 prozent schaltet die fähigkeit frei schläge des gegners zu kontern distanz beim ausweichen 200 prozent ist natürlich auch nicht verkehrt position gerett erleidet dann ist auch nicht verkehrt wenn wir sonst noch hier zeichen zeichenschaden plus 5 stufe 2 des art zeichen und stufe 2 des achse zeichens das haben wir bei alchemie bombenschaden und fallenschaden plus 30 prozent vitalität plus 20 und naja ok vitalität plus 20 wäre eigentlich gar nicht verkehrt die angriffe von hinten kann ich ja relativ einfach vermeiden und ausweichen beziehungsweise kann ich auch blocken ich mach mal ja der nächste rang vitalität plus 100 definitiv gut jetzt gehen wir erstmal zu den elfenruinen und reden mit jorbit ne echt mal gespannt was da noch rauskommt ey jorbit ne das ist nicht jorbit jorbit wartet auf dich deune scoyatel werden für meine dummheit blutig bezahlen müssen elias abteilung abmarsch bereit machen sofort aufbrechen es hat ein pogrom in flotsam gegeben in den gassen steht das blut deiner brüder deshalb brauche ich deine hilfe du glaubst doch nicht dass ich mit dir auf menschenjagd gehe die verantwortlichen sollen büßen aber nicht jetzt unser ziel ist jetzt ober eddern warum ober eddern das pontartal ist ein saftiger happen auf den sie sich wie die hunde stürzen und die scoyatel beißen am wildesten zu es ist unser land seit ewigen zeiten ich bin kein bandit gwinblade sondern anführer einer armee habe ich soeben die ehre mit könig jorbit dem ersten in spä nein ich sagte dir bereits dass ich ein haupt kenne das für die krone taugt man muss sie ihm nur noch aufsetzen auf wessen schultern sitzt denn dieses haupt auf jemandes der für anstand aufrichtigkeit und ehre steht der sich nicht für ein paar orens an nilfgaard verschachert sie heißt saskia ihr seid verlobt spar dir den spot du sprichst von ihr als wäre sie für dich nicht nur eine frau auf deren kopf eine krone passt du denkst anders wenn du sie getroffen hast bald spricht die ganze welt von der jungfrau von eddern und ihrer unerhörten tapferkeit und worin zeigt sich diese unerhörte tapferkeit sie hat einen drachen bezwungen da bin ich immer noch skeptisch du willst ein elfenreich gründen das gibt es schon es heißt doll platana regiert von francesca finder bär regiert verwaltet im sinne nilfgaard hier geht es um ein wirklich freies reich mit elfen in den wirtshäusern der menschen und menschen ohne angst im wald hört sich gut an du sagtest du willst nach wergen stimmt was suchst du in einer zwergenstadt hänselt und seine armee lagern am rechten ufer des ponta die jungfrau sammelt verstärkung um eddern zu verteidigen eine zauberin hilft ihr welche zauberin philippa eilhart was will eine redanische zauberin in eddern nur sie selbst kann ihre pläne enthüllen und was erwartet der anführer der armee von mir sie zusammen mit mir nach eddern vielleicht findest du dort eine zauberin auf jeden fall lernst du jemanden kennen der in kurze das kräfte verhältnis im norden verändert das sind zwei tagesmärsche das schaffst du nicht doch wie das entscheide dich zuerst ob du uns hilfst ich kann euch helfen aber ich habe noch etwas zu erledigen dann beeil dich ich warte ich würde vorher gerne noch sagen was wer in den rausch vor hat hier bin ich falsch weil einerseits triss wird sich ja gerne auf hänsels seite schlagen aber ganz ehrlich ich glaube saskia ist durchaus eine option und so was was ja wird jetzt so erzählt hat wäre durchaus begrüßenswert wenn sowas funktionieren würde deswegen bin ich doch der meinung man kann es auf jeden fall in bewegung ziehen wir haben uns ja im ersten teil schon auf seite der anderen länge gestellt von daher würde ich das durchaus im zweiten teil auch in erwägung ziehen wäre durchaus drüber nachzudenken ich meine wir sind ja auch gut damit gefahren und treue freunde gewonnen unter den anderen mit dieser option gucken wir mal was er auch schon zu sagen hat könntest dich mal rasieren ja halt die klappe wer nun wartet drinnen da gerald hui ein bastertschwert zusatzwaffe stolzschwert ach ist nichts wert sonst noch verrostet ist die led wir bleiben mal bei dem was wir haben noch ein bisschen rüstung drin zum beispiel eine solide lederhose ne da ist unsere besser die leichte lederjacke ist unsere auch besser so sonst gibt es hier nichts ok dann reden wir mal mit roche roche die sache hat sich verkompliziert alle teufel was hattest du bei den scoyatel zu schaffen du hast jorvet das schwert zugeworfen du bist mir gefolgt für wen hältst du mich gerald ich hab doch meine leute wess in diesem fall jorvet weiß viel über den königsmörder und sie stehen nicht mehr auf derselben seite wir könnten zu ihm gelangen die einzige reise die ich mit jorvet unternehme führt zum schafott auf dem markt von vizima der königsmörder hat riss gezwungen sie beide nach wergen in eddern zu teleportieren verdammt der verarscht uns na schön wollen mal sehen wer hier wen dran kriegt flotsam steht in flammen wie konnte das passieren als west eine verabredung mit jorvet meldete befahl ich loredos uns zu unterstützen sie sollten auf das signal warten aber diese kasper von armbrust schützen konnten die pfoten nicht lang genug stillhalten so viel zum überraschungsmoment es war höllisch wir sind kaum lebendig davon gekommen viele verwundete und loredos leute bald wusste die ganze faktorei dass da ein dutzend soldaten auf der strecke geblieben war zwei soldatenväter ließen darauf ihre wut an einem elfen mädchen aus und den rest kennst du ich höre du hast neuigkeiten für mich loredos paktiert mit kedvin der kaufmann da bei ihm ist hensels agent unser edler kommandant hat sich kaufen lassen und der armee von kedvin unterstützung im konfliktfall zugesagt und weiter ich greife mir diesen spion und press ihn aus und loredos ist es todes roch wir müssen nach edern nein ich laufe nicht vorher aus vielleicht weiß der spion was über die königsmorde wird mich nicht wundern wenn henselt hinter all dem steckt er verliert wertvolle zeit aber er ist auch gegen hensels das ist eigentlich auch nicht verkehrt das heißt sonst läuft er dann auch mehr oder weniger auf der seite von saskier der fänd meines verhinders wir sehen uns später verdammt gerald das ist doch kein stell dich ein das man verschieben kann tja pech ich gehe mit jorbit wer nun wartet ähm ich würde aber gerne nochmal ne muss ich eigentlich nicht schöner tag heute ja wir gehen definitiv ach was mich auch freut an dem spiel das plündern geht halt wesentlich schneller hast du auch am sack weiße Haare? ja zu zöpfen geflochten ich gehe hier noch was bringen ne wir gehen mit jorbit ganz sicher der dem seine Vision scheint mir doch etwas besser so ich will trotzdem vorher so mal den hier schnell machen ich meine rosh hat mich zwar aus dem Kacker befreit klar er glaubt um meine unschuld aber jorbit tut das auch was ist das ähm ne klar jorbit hat uns auch geholfen ähm Leto Leto zu kriegen hat zwar nicht so ganz funktioniert aber das ist ja nicht seine Schuld hast du dich entschieden? ja ja ich helfe euch zusammen kriegen wir Leto sehr gut es gibt keine Zeit zu verlieren wir holen uns die gefangenen Barke mit einer Hand voll Elfen willst du ein Schiff entern in einer Stadt die gerade ein Pogrom veranstaltet hat ich habe mich geirrt du bist nicht anmaßend sondern schlicht verrückt das hat meine Mutter auch gesagt okay schwimmendes Gefängnis ach verdammt wieso renne ich denn immer wieder da runter ähm ach da ich würde aber gerne vorher nochmal in die Schenke und die Rüstungsverbesserung holen die ich da noch liegen habe ich glaube dass mir das was bringt halt da lang hm ja gut aber das sind halt jetzt wieder die Laufwege und so kennen wir ja schon aus dem ersten Teil halt hier sind wir falsch glaube ich ja na egal dass er sich nicht mal durch die einfachsten Bücher schlagen kann naja seht mal oh Zeichen oh Wunder wo müssen wir denn eigentlich hin für Jorbit dort ok ok das kriegen wir dann hin wir sollen diesen Höllenhund finden ist das klar jawohl wo warst denn du ich bin es nicht gewohnt mich zu rechtfertigen Kommandant jemand wollte mir ans Leder ich hatte schon auf dich getippt das war wohl nichts ich war nicht hier ich hab dich trotzdem im Auge Hexer na warte mal du kriegst noch den Fett weg so der Schenke herrscht wieder Betriebsamkeit viele lauter und lustige Stimmen aber keine Ahnung wo die herkommen so ach ne wollte ich gar nicht doch das gut gut ablegen dann mal das ganze Zeug komm eine Krähe nehmen wir noch mit dann sind wir da wieder voll so ein Händler wäre noch nicht schlecht hier Schankwirt 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 Fänzchen gefällig ne so zum Beispiel die ganzen Waffen hier die Rüstungen und den Plunder ein krustierter Stahlring nippes okay dann werde ich mal die Rüstungsverbesserung gut dann jetzt zu den Elfen mal gucken wie das dann ausgeht kann ich die Schmiede vielleicht noch Lündern ne ich dachte schon wäre nett gewesen aber naja so jetzt geht's ans Eingemachte das heißt ich werde noch mal eben speichern Energiekreis hier ist auch noch ein Kreis ein Widerstandskreis Jorbert da bin ich na endlich in der Faktorei ist die Hölle los bist du sicher dass das eine gute Idee ist wir betreten die Stadt gar nicht wir trennen uns greift du von der Anlegestelle aus an nimm unseren besten Speer mit ich fahre mit den anderen über den Fluss die meisten Wachen dürften sich in der Faktorei aufhalten das Pogrom passt uns also gut in den Kram so ist das nicht gemeint natürlich nicht an der Anlegestelle kann es brenzlig werden dachtest du wir machen einen Spaziergang darum geht es nicht greifen wir besser zu einer List wie bei Leto am Anleger gibt es keine Unterstützung aber dafür halten uns die Wächter nicht auf und auf der Barke haben wir nur eine Handvoll gegen uns gut die sind tot bevor sie ihre Schwerter ziehen können dann geben wir den anderen ein Signal diesmal entkommt uns keiner einverstanden so machen wir es okay bring Yorvet zur Gefängnisbarke Yorvet hier Yorvet jo machen wir da sind wir wir müssen durchs Tor nichts leichter als das wie ach nichts Deune für mich jo machen wir ähm halt so viel drehen wollte ich gar nicht das geht immer so langsam die Kapuze ist cool Halt wer da der Hexer mit einem Gefangenen und was für einem Loredo wird sich vor Freude bepinkeln er hat mir befohlen ihn auf die Barke zu bringen und wir wollten das Geschmeiß schon ertränken hier nein sollen die Kadaver uns vielleicht vergiften flussabwärts natürlich na los wir haben Yorvet Tor zu kein Mauseschwanz soll mehr durchkommen wir haben Yorvet gefallen weißt du was komisch ist Gwynblade na ich habe den Dornen das Leben zur Hölle gemacht war aber noch nie hier wie gefällt dir die andere Seite der Medaille die sehen mich auch zum ersten Mal sehen nicht aus als würde ihr Gewissen sie plagen sollte es das denn wohl nicht sie wollen mich sterben sehen ich will sie sterben sehen so ist das eben auf dieser Welt die andere Seite der Medaille haben sich die Philosophen in Oxenfurt ausgedacht die kennen Orte wie Flotsam nicht heute stirbt keiner Yorvet abgesehen Halt wohin willst du mit dem Elf das ist Yorvet Laredo hat befohlen ihn auf die Gefängnisbarke zu bringen meiner treu Yorvet höchst selbst diese Wanze hat mein Bruder auf dem Gewissen ich würde mich gern mal eben mit ihm unterhalten dafür ist keine Zeit ach und wieso nicht mein Befehl lautet ihn auf die Barke zu bringen und du bist wer ein Elfenliebchen laut Laredo darf niemand mich aufhalten ich habe überhaupt nichts gesagt ich liebe dieses Zeichen wie dieser miese kleine Däune hier solche töte ich am liebsten das ist wie Unkraut jäten ein schlichtes Danke hätte sie auch getan du bist doch mein Held ich glaube das ist doch wesentlich besser als einfach reinzustimmen Yorvet auf die Barke Befehl von Laredo in Ordnung so jetzt müssen wir bloß noch das Schiff selbern nicht die linke Seite du die rechte das wird ein übles Gemetze Aua roter Nebel ist hier glaube ich ganz geil jetzt ganz schön leichtfertig Elf schau dir mal auf hier Moment Halt Halt Wollte ich doch gar nicht Aua 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 gut ich wusste dass du mit denen paktierst Mutat fühlst dich wohl als Held nicht wahr legt ihr ab verbrenn ich diese Huren bei lebendigem Leibe wir segeln unsere Frauen sind bereit zu sterben gefällt mir trotzdem nicht ich werde das nicht zulassen ich komme nach mach dir keine Sorgen um mich hexer rette die Elfinnen Kommandant Laredo hat den Verstand verloren er verkennt sie bei lebendigem Leibe Pest und Cholera der Hexer tut das Richtige warum hat der so grün aufgeleuchtet hier ja ja tu mir bitte nichts hätte ich nicht vor wenn du mir dich in den Rücken fällst na ab 幽b an an die